Hallo meine lieben Krampfkartoffeln. Es geht weiter. Fangen Sie mit der Tannunze. Und wir legen direkt los. Wir sehen uns im Game wieder. Daaa sind wir auch schon. So meine kleinen Krampfkartoffeln. Oder Kampfkartoffeln. Ach was weiß ich. Ach genau, letztes Mal. Maus, dein Kabel soll dahin. Danke. So, letztes Mal haben wir ja die Hühner gefüttert. Und... Ja. Hatten ja auch ein bisschen verkauft. Hatten ganz, 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 ganz fett. Ähm... Geldheld verloren. So. Wir, wir haben ja einmal anlioz. Einmal bịhü образом. Belgischen Wies encourages. Und hier. Ungefалась nicht. Dann curl ich nicht. Das finden wir an. Sehr schön. Ich wollte eigentlich mit der Ballentechnik anfangen, aber ich glaube dazu muss ich noch warten. Kostet ja alles Geld, wenn ich das Geld nicht zur Verfügung habe. Dann würde ich einfach direkt wieder anfangen. So, warte, ich blende mir kurz mal diese Hilfseinstellungen an, weil ich weiß nicht mehr die ganzen Hotkeys. Achso, ha. Okay, kurzen Moment. So, warte, da geht's. Endlich. Ähm, genau, ich wollte nämlich... Äh, die Saat werden was z. Weil jetzt will ich mal gucken, was viel wert war. Also, da war es dann liegt ja gerade relativ... Gut im A. Äh, und nee. Das auch gott nicht so toll. Hier war Raps, ne? In großen Dröhnen, geht aber weiter runter. Probieren wir es mal mit dem Raps. Ich hoffe... Oh Gott. Raps kann man auch so abernten. Mit dem Grasher, aber normalerweise ja schon, ne? Raps braucht ja keinen normalen Erntner. Das ist Hafer. Raps ist das, ah. Raps ist das, ah. Das seht ihr gerade unten, äh, rechts. Und dann wird schon das Hafer, ah. Der Hafer ist gut. Ne, komm. Ne, bleibt die Äußerei wieder stehen. Ne, wohl. Dürfen sie auswachsen, scheiß Rüben. So. Ähm. So. Ja, ich benutze jetzt einfach das Radio, da bekomme ich hier ein paar Copyright Strikes, dann merke ich das ja und dann fange ich auch, äh... an Vista richtige No Copyright runter zu schnallen. So, Helfer eingestellt. So, jetzt kommt der hier wieder an den Wickel. Ach, die Schusskartenvokation kann er überhaupt jetzt anfangen? Ja, Leute. Also, ich acker dann hier ein bisschen weiter und wir sehen uns dann nachher wieder. Ach, genau. Wie blöd bin ich denn? Ich kann doch mit euch mal über ein paar Themen reden. Ich hab grad den Pomaten und die Maschinen laufen, dann geht das schon. Ähm, genau. Ich wollte euch mal drauf ansprechen. Was haltet ihr eigentlich, wenn ich euch einen Voice-Bot vorstelle? Also, äh, ja. So eine Art, äh, Sachen mit der Minecraft-Sprache. Äh, Minecraft-Sprache. Jetzt hab ich grade dran gedacht, wie ich Minecraft damals mit diesem Voice-Bot gespielt hab. Dass ich mir einen Voice-Bot hier für LS19 einrichte und dass ich dann, ähm... Ja, dass ich das dann... ...da... ...ja... ...tun, mache. Keine Ahnung. Ach. Ja, ob ich es euch mal vorstellen soll, weil... Ich hätte da Bock drauf. Der Voice-Bot ist lustig. Da macht Spaß. Jo. Na ja, mal kicken. Ich hätte einen stärkeren Motor bei dem kaufen müssen, oder? Ja, na ja. Fehler passieren. 10% Verlust an dieser eine Linie, die hier steht. 10% sind es auch nicht, aber... ...ja... 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 ...ja, dann schneide ich das jetzt wieder raus und... ...biss gleich... äh, biss gleich hoch. So, jetzt kam mir grad die Meldung, der hat einen 80% vollen Korn-Tank. Na? Wollte ich nur mal auf den Laufenden halten. Was ist jetzt sonst so passiert? Ich werde den Weizen jetzt erstmal wieder sparen, bis er wieder... ...da, da, da steigt der Preis grad, ja... Mal gucken, also unter 800 bringe ich den nicht mehr weg. Ich hab den jetzt so ein bisschen geblockt hier. So... ...dann sind wir hier fertig, wa? Jo... Jetzt mähe ich halt einfach weiter, ne? Wie so ein Alkoholiker und lass die Hälfte stehen, aber ach... Pfff... Jetzt nachher... Ach genau, äh, meine Hände sind auch noch bei mir drin... ...und du... ...ist so im Ausspann, den ganzen Tag schon im Sitzen, ein bisschen kratzt... ...im Käfig hab ihr ein paar Mehlwürmer in ihr Streu gestreut... ...also getrocknete, kein Leben, denn nachher krabbeln die in der Nacht auf ihr rum oder sowas... Bah, nee... ...getrocknete, ein bisschen in Streu gestreut, damit sowas zu tun hat und... ...ja... ...ja... ...muss ich mal gucken, wie das weitergeht mit ihr, weil... ...nieser kaputtes Schüschen halt, ne? ...ja... 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 ...da mähe ich jetzt stumm weiter und... ...erspare euch die Qual von der Gemäherei... ...ja... ...ja... ...komm... ...schneller... ...ha... ...bergrunter geht's schnell... ...bergrauf kannst du vergessen... ...dann fahr ich dann mit 4,5 km mal hoch und runter... ...ich war ich immer mal auf und laufen halt, wenn das grad so passiert, ne? ...also... ...ja... ...dann bis zum nächsten Cut, ne? ...ja... ...mh... ...mh... ...kommt den Berg nicht hoch... ...ma das vordere Mehlwerk mal aus, wa? Ach, mir ist jetzt egal... ...ich bin jetzt mit dem Hinterwerk und dann ist gut... ...kann ich auch schon in der Linie stehen lassen... ...eh, ganz ehrlich, ich nie vergiss es... ...so genau nehm ich das jetzt nicht... ...auf ein neues mit 0 kmh... ...gib Gummi, alter... ...h... ...kann jetzt bist du ja über den Mühe... ...der letzten Linie nehm ich euch jetzt noch mit... ...ja... ...schein wieder voll in Kontakt? ...oh man, ich... ...kann... ...wieso nicht keiner in Kontakt? ...in die Linie fährt er jetzt hoch... ...und dann bleibt er wahrscheinlich irgendwann stehen... ...und muss ich irgendwas ins Feld reinbüßen... ...ich hätt mir jetzt direkt blockieren müssen... ...aber die Meldung kam zu spät... ...der dritt er jetzt schon Kurve... ...ja... ...und liebe Leute, wie geht's euch? ...nehm... ...ich hoffe, dass... ...s19 Let's Play kommt besser an... ...als die ganzen anderen Let's Plays... ...die ich in letzter Zeit mache... ...ja... ...ist halt so... ...ich hab halt irgendwie gerade... ...bock... ...z19 zu toppen... ...und... ...mach ich das heute, ne? ...auch... ...genau... ...ich setze ich mir den Preis nicht... ...823... ...ja... ...würde sich ja schon lohnen... ...mach mal Zeit aus, sag ich mal... ...so ganz 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 runter... ...so dann wächst dieses Unkraut-Kram ja auch nicht... ...och... ...und dieses Gewächslaufen zu... ...ja... ...ich weiß... ...das kann man irgendwo ausmachen... ...aber das finde ich zu voll... ...ja... ...dann würde ich jetzt den hier nochmal tanken... ...und dann... ...guck ich mal... ...ja... ...ja toll, sag ich doch... ...ich musste jetzt gleich ins Feld reinkommen... ...also... ...ich fahr jetzt... ...ins Feld... ...wieso muss... ...ineffizient... ...quantechnisch gesehen... ...ineffizient... ... 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 Sveriges ... ... ... ... ... ... ... Ja, noch in die Karte, genau. Wieder da runter, ja. Den Weg kenn ich. Sehr schön. Na ja, mal gucken. Ob war das hier? Meine Nase kittet. Scheiß Nase, überhaupt so kittet. Ich kann mir die kleine Minimab anlassen. So. Ich glaub hier herum. Ich komm hier heran, genau. Ah, so oft zu lücken. Ja, ja, ich fahr nach... äh... Straßenregeln. Nach meinen. Nicht wundern, wenn ihr das vielleicht... Das bin ich falsch gefahren. Scheiße. Falls er jetzt auch irgendwie knarzen hört ab und zu mal. Das ist hier... Die Küche. Ich bin direkt unter einer Küche. Mit meinem Zimmer. Ja. Ja. Ja, aber schafft das jetzt nicht. Sehr schön. Mit hier rum und dann rum da. Ich hoffe, ich langweil euch nicht mit den Fahrten. Wenn doch, dann schreibt er bitte in die Kommis. Äh, nehmen wir nur einen hoch, oder? Äh, ne weiter einfach. Jetzt muss die kurz auf der Karte gucken. Ja. Oh, scheiße. Ecke wie von vorne. Ja, in der Ocht. Maximal 50 km. Dann drosseln wir das Tempomat noch ein bisschen. Oh Gott. Was war immer das war? Was steht da? Online Streams sind nicht durch den PDUSK eingeschrieben. Ah. Sehr interessant. Ne, ich mache immer Aufnahmen. Ich streame nicht. Ja. Wo ist der Ablade-Dienst? Ja. Echt davon? Sehr schön. Ich weiß nicht, wie sieht alles gut aus. Sehr schön. Bumm. Stehen wir mittig, wir stehen mittig und ich sag mal, so stehen wir auch drauf. Guckt mal Leute, ich kann was. 823. 1 ist Wester. Genau. Also ab. Kim. Den toll auf. Unsere Ernte. 11.000. 12.000. Die Tür war der Traktor. 49.000, ne? Nein, 50.000 Euro. Also nochmal das zum Preis von 800 Euro. Du Scheiße. Auch war hier nicht die Landstrasse. 50.000 Trocken und 3.000 Euro. 50.000 Euro. 1.000 Euro. 2.000 Euro. Und ich sag mal, ich denke, der ist für die Schlossel, dass ich jetzt bei uns verabschiedet oder Jetzt bin ich gefahren, nach Hause. Ist ja jetzt der richtige Weg, ne? Genau, das war der schnellere. Einmal da außen rum und dann bist du da. Hilfe A, wer ist A, A? Wen habe ich als erstes eingewiesen? Ich glaube, ich weiß nicht genau. Ah, der Gruber da oder immer dieser Flügel da. Mann, ist hier Schnee unterwegs, dieser Truck. Wird der den stärkeren Motor? Weil dann würde ich das mal mit dem ausprobieren. Was ist das denn? Muss ich jetzt verstehen? Ähm... Bestand da... Feller statt Spirit Erdronend ist. Ah ja, das gucken wir jetzt erstmal nach hier. Wer oder was das ist. Oh, der Kollege ist... Ja natürlich, versteht sich. Der ist ja auch schon ordentlich zum Einsatz gekommen. Ja... Hm... Wann steigen wir mal aus, rennen wir mal zu Fuß. Mit diesem Lichtkegel lustig. Habt ihr denn schon Eier? Wie lange braucht ihr bitte für eine Packung Eier? Ja... Ja... Was wollte ich mal... Ach genau, ich kann mal... Gedingensbomens holen. Gedingensbomens holen. So, dann geh ich mal eine Lallenpresse holen, ne? Also das allein zu spielen ist nicht so angenehm, sag ich mal. Das ist eigentlich nicht... Ich helfe... Aha... Toll. Hat er ganz toll gemacht. Ich guck mal kurz, wie lange die Aufnahme schon wieder ist. 21 Minuten... Freut mich. Also... Ja... 25 Minuten oder so. Also... 4 Minuten noch. Scheiße, das ist halt die Wundballimpresse, ne? Ja... Impotente Stücke. Was kauf ich denn Rundballimpresse? Dann bin ich gern behindert. Ah... Also jedem, der es aufgefallen ist, der kann sich jetzt mal auf die Schulter klopfen. Ich glaube, nach diesem Video renne ich erstmal wieder quer durch mein Zimmer. Ich schrei hier rum. Jetzt finde ich auch mal diesen Ball... Da ist er doch! So. Das ist auch nochmal... Eckig. Du bist eine Wundballimpresse, Bräuni. Du musst nicht... Ich spreche. So. Ich hab da noch Geld gekriegt. So. Okay... Du musst nicht mehr Geld verkriegen. So. 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 Was jetzt schon wieder ein Fehlkopf ist, dann cheat ich mir nachher das ganze Scheißgeld zurück. Was ich jetzt ausgegeben hab. So. So. Pick up singen? Ach, durch die Schnauzer vorne. Sehr schön. Gut, aber eine gute Tante Ruble. Ich würd sagen, wir haben da ein, zwei Ballen, um zu gucken, ob die da Dingsbums nicht cheat ich mir mit Geld zurück. Oh. So. Zeig ich mir, der kann ziehen, nur mit 150 PS, sagen wir mal so ein Billotruck. Ich hoffe, dieser Pick up Ding kann das da aufheben. Guck mal, da außerhalb der Linie liegt. Ich glaube, der auf 30er zeigt Geschwindigkeit. Ach Gott. Ich will auch Rundballen. Wer kann denn Rundballen gebrauchen? Ich will auch Rundballen. Okay, Leute. Also. Ich geb mir dann, bis zur nächsten Aufnahme, 100.000, äh. 100.000, äh, hier, Geld. Ja? Sehr schön. Also. Mhm. Bis. Nächste Folge. Tschüss. Euer Vollspannen.